Jau Leute, Doppelpiece. An alle, die gerade im Stream dabei waren, es tut mir ganz doll leid. Der Stream hat sich gerade einfach beendet. Ich hatte auf einmal kein Internet mehr. Bei Open Broadcaster ist oben dann immer so ein, unten ist immer so ein grüner Punkt, der dann anzeigt, ob man noch Internet hat oder nicht. Und bei mir war der rot gewesen. Er hat nicht mehr gesendet, der war einfach beendet gewesen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß auch nicht, wie man an meine IP gekommen ist. Also ich gehe einfach davon aus, dass ich gerade von irgendeiner, von irgendwen gedenocht wurde, der keine Ahnung, Ahnung hat, wie man an IPs durch YouTube rankommt oder was auch immer. Auf TeamSpeak gibt es eine Person, die meine IP sehen kann und die würde niemals irgendwas damit tun und die würde mich auch niemals manipulieren. Grüße gehen raus an Timo. Tut mir wirklich leid, dass ich den Stream gerade nicht beenden konnte. Wir waren gerade mal bei der Hälfte des Videos gewesen. Es war allerdings schon 20.25 Uhr gewesen und Al Blali hatte mich immer noch geblockt gehabt. Das bedeutet, in den letzten 5 Minuten wäre er auch nicht mehr gekommen. Und damit habe ich es bewiesen. Al Blali ist eine Pussy. Sagt zu mir, dass ich eine Pussy bin, dass ich rumheule und sowas. Und er blockiert mich kurz bevor ich den Stream starte, blockiert er mich auf Twitter und ermöglicht mir somit keine Kommunikation mehr zwischen uns beiden. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, ich halte alles ein. Ich war auf allen Events gewesen, wo ich gesagt habe, auf allen Events, die ich angekündigt habe, war ich auch gewesen. Ich habe nie den Schwanz eingezogen, obwohl es da draußen so viele Leute gibt, die mir Schläge angedroht haben. Oder was auch immer. Ich war immer dabei gewesen. Und auch diesen Livestream habe ich durchgezogen. Und ich war stets bereit gewesen, Al Blali auf meinen Teamspeak aufzunehmen und mit ihm zu reden. Nun hat mich irgendwer Gedidos doppelt mit dem Finger an dich. Ich verstehe es nicht, warum man das machen musste. Wir waren 19.700 Zuschauer gewesen. Es war ein krasses Gefühl. Das war ja schon fast Fernsehreichweite gewesen, wo ich gerade live war. Vielleicht waren es auch zu viele Zuschauer für YouTube gewesen. Ich weiß es nicht ganz genau, woran es lag. Ich gehe eher davon aus, dass ich Gedidos wurde. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Und ihr habt das alle gesehen. Ich bin immer wieder auf Al Blalis Profil gegangen und der hatte mich immer noch blockiert gehabt. Ich habe mich damit bewiesen so gesehen. Ich bin glücklich und ich werde das Ganze jetzt beenden. Und für mich hat auch sich die ganze Sache mit Al Blali beendet. Wenn er nichts mehr macht, mache ich nichts mehr. Und dann hat sich die Sache endlich, Gott sei Dank, beendet. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Viel Spaß noch heute. Ciao.